Hallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal haben wir uns hier den Fanghaken geholt, den sieht man auch oben links ausgerüstet. Also links ausgerüstet, oben rechts, so ist richtig. Aber wir müssen hier erstmal weiter im Kokiri-Wald, da sind wir jetzt extra zurückgekommen ins Dorf. Wir sehen auch hier, hat der böse Ganondorf seine Unwesenheit getrieben da. Hier ist alles voller Gegner und böse Sachen sind passiert. Wir wissen gar nicht genau, wo die Kokiris abgeblieben sind. Aber gut, wir gucken hier nämlich, müssen wir in die verlorenen Wälder wieder zurück. Und dafür geht es natürlich hier lang. Und wir kennen ja hier den Trick noch. Kennen wir ihn? Oder ich kenne ihn nicht. Was? Ah, aber hier ist falsch, glaube ich. Ne. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass hier nicht die Melodie geändert wird. Muss ich es jetzt ehrlich aus dem Kopf wissen? Aber man kann auch so ein bisschen tricksen. Man sieht schon, wie ich mich langsam vorantaste. Aber hier sind wir hergekommen, ne? Ja. Hier sind wir hergekommen. Und ich bin dann links, also gucken wir mal rechts. Aha. Ah, und da ist hier. Mido, den kennen wir doch. Wer sind sie? Mich können sie nicht täuschen. Auch wenn sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Salia versprochen, sie vor allen Gefahren zu schützen. Der olle Mido, der kriegt jetzt einen aufs Maul, aber das darf man nicht. Deswegen spielen wir jetzt hier den Song. Von Salia. Und mal gucken, wie er dann reagiert, der olle Sack. Den haben wir ja schon im ersten Part gesehen. Er hat uns damals ja abgehalten, zum Deku-Baum zu gehen. Diese Melodie. Ah, Sania hat sie geschrieben. Sie, sie kennen Salia? Ah, das Lied. Ah, Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut. Ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie erinnert er mich an jemanden. Olle Sack, wie er breitbeinig weggeht da. Den mag man doch nicht. So, wo ging es denn jetzt hier weiter? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ach, das ist ja alles hier. Hier entscheidend. Aber irgendwann müssen wir uns entscheiden für einen Weg. Und das wird dann relativ schwer, glaube ich. Ist das jetzt hier schon? Hier geht es lang, okay. Also ich teste jetzt. Ich weiß gerade nicht, wie man rausfinden soll, wo man lang muss, muss ich sagen. Weil die Melodie ändert sich nicht. Die wird nicht lauter oder leiser. Und ich glaube, irgendwann müssen wir uns ja entscheiden für einen Weg. Ja, und das ist hier an der Stelle. Und einer führt jetzt weiter. Ich hoffe, es ist der hier. Ich nehme einfach den, weil der außerhalb der Map führt. Guck mal. Ja, das war richtig, okay. Weil einer führt in die Waldlichtung. Der andere hätte jetzt woanders hingeführt. Die anderen hätten jetzt woanders hingeführt. Und hier waren wir ja auch schon mal. Hier haben wir ja Salia getroffen. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Ach ja, komm. Ich brauche das jetzt nicht alles wissen. Hast du dich richtig hingestellt, halte Z gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke. Sodass dir niemand auflauert. Wie zum Beispiel Schweinegesichter. So, die sind ziemlich eingeschränkt. Können einen nicht sehen. Die können einen nur wirklich sehen, wenn man direkt vor ihnen steht. Was doch schon ein bisschen merkwürdig ist. Und hier müssen wir aufpassen. Hier patrouillieren die überall lang. Oh. Und da hat uns die gute Navi gesagt, wir sollen immer schön so laufen. Denn sonst macht er den Move hier. Rennt dann da einmal lang. Aber jetzt sind wir hinter ihm. Das ist also eigentlich komplett egal. Die patrouillieren hier mal lang und wollen uns halt auch spießen. Die ollen Säcke. Komme ich da rin? Ich glaube schon. So, das ist auch gar nicht so gefährlich oder so. Die töten einen nicht direkt. Nicht falsch denken. Hier könnte es jetzt auch komisch sein. Wo ist er denn hier? Ist er hinter mir? Nee. Gut, gehen wir hier lang. Hier waren wir ja auch schon mal, um Salias Lied zu lernen. Habe ich ja eben gerade schon erwähnt. Und tatsächlich müssen wir jetzt hier nochmal hin. Denn hier haben sich die Kokiris irgendwo hingeflüchtet. Und wir werden ja gleich mal gucken, was dann so passiert noch. Da ist schon wieder einer der Hainis. Den schießen wir ab mit unserem Enterhaken. Der kann natürlich auch Schaden machen. Wir sehen schon. Ist vielleicht nicht so effektiv, aber immerhin nicht schlecht. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, wir sehen, wenn wir dahin jetzt schießen, dass er nicht ganz bis dahinten hin reicht. Dieser rote Punkt, der erscheint, der zeigt auch immer an, erstens natürlich, wo wir hintreffen würden. Und zweitens, wie weit der überhaupt reicht. Wenn wir jetzt hier die Ecke weitergehen, verschwindet der, weil die Reichweite einfach gar nicht genug ist. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, die man... Au, ich hinterlässe mich. Na super. Ach, na super. Also das zeigt so ein bisschen die Reichweite an. Dem hier müssen wir immer nur ausweichen. Und ich mache es dir gerade so perfekt. Der schlägt ja immer in die Mitte, oder was? Ich dachte, der schlägt immer dahin, wo man steht. Also wir müssen nur an... Vorbei! Boah, das war knapp. Ah, das betäubt ihn nur. Komm her, du! Der ist ja auch echt dumm, ne? Der dreht sich auch nicht um. Die sind halt echt ein bisschen eingeschränkt, diese Riesen-Golems, oder wie auch immer die hier heißen. Oh, aber 15 Rubina hat er dabei. Bringt nur leider nichts, denn wir haben immer noch volle Taschen. So, und nun sind wir wieder an der Lichtung, wo uns Salia damals das Lied beigebracht hat hier. Da war sie auf dem Baumstamm. Na? Memories. Und da ist Schiek. Das heißt wohl, wir sind an der richtigen Stelle, hm? Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Manuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Und jetzt sehen wir schon, das ist ein komplexeres Lied. Das hat verschiedenste Noten und ist nicht so drei Noten, die sich immer wiederholen. So. Nachgespielt. Und jetzt kriegen wir hier ein neues Lied. Und er sagt uns ja auch schon, wir kehren mit diesem Lied hier an diesen Ort zurück. Und ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, was sollen diese Platte, die da hinten auf dem Boden ist, dieses, ja, Stein-Dings. Das ist tatsächlich immer so ein Indikator dafür, dass man sich dahin teleportieren kann. Du hast das Manuett des Waldes erlernt. So, jetzt haut er ab. Tombi, wir werden uns wiedersehen. Und der Move, den er jetzt macht, der ist richtig cool, ne? Zack. Ich glaube, das soll eine Dekunuss darstellen, die man dann auf den Boden wirft. Die haben wir ja selber auch als Item. Und dann verschwindet er dann schnell. Also, diese Platte hier meine ich. Da sehen wir auch schon das Triforce-Symbol und dieses Symbol, was wir in der, in dem Heiligen Reich da gesehen haben. Das zeigt immer an, dass man sich hierhin teleportieren kann, durch irgendwelche Umstände. Und das ist ganz schön auf jeden Fall, dass man jetzt hier Teleporter-Wege kriegt, womit man dann schnell irgendwo hinkommt. Und hier müssen wir uns hochhangeln. Und wir sehen schon, die Treppe hier unter uns war kaputt und alles. Denn hier konnten wir halt wirklich nur hin, wenn man den Enterhaken hat, den Fanghaken. Und das war halt dieses Item, was wir hier brauchten, um hierher zu gelangen. Gut, wir machen weiter mit dem Wald-Tempel. Ja, wir sind endlich in dem ersten Tempel hier, als Erwachsener. Und wie schon mal gesagt, es gibt jetzt hier erstmal fünf, die wir machen müssen. Und hier sind schon die Wolfis. Komm her. Oh, in den Rücken gestochen haben wir den ollen Sack. Das ist der nächste Wolf. Die sind ja auch gar nicht so schlecht, die Gegner. Die weichen aus, können blocken. Die können ziemlich viel. Aber müssen auch immer ziemlich, ziemlich lange ausholen. Man sieht schon, um zuzuschlagen. Na komm, versuch's. Der hält schon sehr viel mehr aus. Den anderen haben wir richtig mies in den Rücken gestochen. Dann ist er natürlich weg. Weg vom Fenster. So, jetzt drängen wir ihn hier in die Ecke rein. Können wir ihn eigentlich auch mit dem Pfannenhaken abschließen? Da weicht er auch immer aus. Ja. Blockiert er auch manchmal. Na gut, komm, noch ein Hieb hier. Der soll aufhören zu blocken. Na also. Den haben wir weggeholt. Und weil ich ja so ein bisschen weiß natürlich, wie das Spiel hier funktioniert, weiß ich, ich sollte hier am Anfang erstmal hier hochklettern. Wir können uns an Ranken auch so ein bisschen hochschießen. Hat man ja jetzt eben gesehen mit dem Pfannhaken. Einfach auch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und da ist ein Skulltuller. Okay. Die goldenen Skulltullers haben wir ja auch schon gelernt. Sind einfach nur optional dafür da, um sie zu sammeln. Aber das können wir ja auch mal machen, würde ich sagen. Wenn sie so auf dem Weg liegen, kann man das ja auch gerne mal machen. Jetzt können wir hier mit dem guten Pfannhaken das Ding auch ranziehen, wie beim Bumerang. Du hast deine goldenen Skulltuller zerstört und erhältst dafür ein Symbol. Ja, sehr schön. Ja, und hier ist alles aus Holz. Das heißt, wir können uns auch im Notfall einfach, zack. Okay, das ist nicht aus Holz. Warum auch immer. Es sieht sehr, sehr verdächtig aus nach Holz. Ist aber keins. So ein Quark. Gut, die Kiste ist aber aus Holz. An Kisten können wir uns immer ranziehen. So. Und da kriegen wir einen kleinen Schlüssel. Er öffnet eine verschlossene Tür. Du kannst ihn nur in diesem Labyrinth einsetzen. Sehr gut. Und deswegen bin ich hier direkt hochgegangen. Denn sonst würde uns das später fehlen. Und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Aber das haben wir ja jetzt. Deswegen können wir weitergehen. Wir sehen, unten links sind die Schlüssel angezeigt. Wir haben jetzt einen. Und das ist immer so eine Sache. Wir hatten ja bis jetzt keine Schlüssel. So, den können wir auch nicht schießen, den ollen Spinnenmann hier. Wir hatten jetzt bis jetzt keine richtigen verschlossenen Türen, abgesehen von solchen Ereignissen, wo wir einen Schalter drücken müssen und sowas. Und hier kommen jetzt noch Türen dazu, die halt einfach verschlossen sind. So, doch jetzt passiert schon wieder irgendwas hier direkt in der Eingangshalle des Tempels. Und wir sehen schon, das ist eine riesengroße Eingangshalle. Das wird einigermaßen lange dauern wahrscheinlich, dass ich hier den Tempel durchschaffe. Besonders sind diese erwachsenen Tempel doch recht komplex und so. Man sieht ja auch schon hier die ganzen Wege, die man gehen kann. Ah, da wird wahrscheinlich jetzt einige Zeit vergehen, bis ich die alle immer schaffe. Aber gut, die Tempel sind halt auch das Herzstück, ne? Und machen ja irgendwo mit am meisten Spaß. So, wir sehen schon, da ist eine dieser verschlossenen Türen mit so einem Schloss davor. Dafür bräuchten wir den kleinen Schlüssel. Den will ich allerdings nicht direkt aufgeben. So, hier ist wieder so ein Block, den wir zerstören können, indem wir das Lied spielen, der Hymne der Zeit. Super cool. Also, die Lieder sind hier auch alle wirklich unglaublich schön irgendwo. Ich fand die immer richtig cool. Und nun kommen wir ins nächste Gebiet hier. Oh Mann, oh Mann, so eine Riesenpflanze. Ah, die hat mich getroffen. Sehr gut, die haben wir besiegt. Wie schon erwähnt, hier ist wirklich alles sehr, sehr groß. Wir sehen schon unglaublich viele Möglichkeiten, sich irgendwo hier weiter zu bewegen. Wirklich sehr, sehr komplex. Es kann gut sein, dass ich mich des häufigeren Mal verlaufe auch. Ich habe jetzt hier wirklich, ich bin ja jetzt relativ gut immer durchgekommen und habe relativ schnell erkannt, wo ich auch hin muss und so weiter. Aber hier wird es dann irgendwann an der Zeit sein, wo ich mir dann denke, so, ah, das klappt nicht mehr, so wie ich das vorhabe. Die Spinne sieht mich nicht, zum Glück. Ich laufe jetzt einfach wirklich zufällig gerade durch die Gegend. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich wirklich hin muss. Nein, was mache ich? Au. So, die Gegner sind interessant. Die haben so ein Feuer um sich und die muss man erstmal mit dem Schild parieren, um sie dann zu besiegen. Und die Kiste spawnt unter uns. Ich gehe mal davon aus, dass das hier der Kompass oder die Karte sein wird auch, denn die gibt es natürlich auch hier. Aber wir schauen erstmal, ne? Wir schauen erstmal rein. Die Karte, sehr schön. Können wir uns auch mal ganz kurz hier die Karte anschauen. Vier Ebenen nur, aber dafür doch hier relativ komplex. Wir sehen natürlich auch immer nur die Gebiete, die wir schon entdeckt haben, ne? So, und jetzt muss man hier natürlich auch immer aufpassen, dass man auch wirklich sich irgendwo so ein bisschen die Sachen merkt, wo man schon langgegangen ist und so. Ist teilweise gar nicht so einfach. Diese Dinger hier sind übrigens extra gemachte, ey, ich springe jetzt bloß nicht runter, extra gemachte ja, Teile, wo man sich mit dem Enterhaken dran schießen kann hier, mit dem Fanghaken. Hier ist ein Schalter. Mal gucken, was der macht. Der Brunnen wird abgepumpt. Okay. Ist das denn hier gewesen? Ja, das war hier anscheinend. Ab ins Wasser. So, der Raum hier sieht ziemlich ähnlich aus wie der, wo ich gestartet bin drinnen, ne? Aber das ist tatsächlich nicht derselbe. Das habe ich auch schon mal, ein paar Mal hat mich das schon sehr verwirrt. Das sieht hier teilweise sehr, sehr gleich aus, aber ist gar nicht so gleich, wie man denkt. Und daher auch noch mal so eine kleine Schwierigkeit. So, hier gibt es Herzen, aber ich glaube, hier gibt es auch irgendwo eine Truhe, oder nicht? Ich meine, hier lag immer eine Truhe, die ich immer verpasst habe bis jetzt. Weil die auch ziemlich versteckt liegt irgendwo. Man muss hier natürlich auch darauf achten, es gibt natürlich nicht irgendwie Schlüssel im Überfluss, ne? Ne, ne, ne. Es gibt immer nur so viele Schlüssel, dass man es halt auch durchs Labyrinth schafft. Da ist die Truhe, okay. Es gibt immer nur so viele Schlüssel, dass man es auch gerade so durchs Labyrinth schafft. Und hier liegt halt einer recht fies versteckt. Ich bin recht froh, dass ich den direkt gefunden habe. Denn teilweise findet man sonst auch Wege, da muss man mit dem Schlüssel aufmachen und denkt sich natürlich, ja, noch einen Schlüssel werde ich jetzt nicht direkt brauchen. Und dann kommt noch eine Tür mit dem Schlüssel und dann denkt man sich so, hm, wo muss ich denn jetzt hin? Wie geht es denn hier weiter? Alles so ein bisschen schwierig, wie gesagt. So, ist das der Raum, wo wir gestartet sind? Das könnte sein, oder? Ja, doch, das ist der. Sehr gut, dann habe ich das hier erst mal schon mal abgehakt. Ich muss mir das wirklich so ein bisschen jetzt hier, sagen wir mal, so eine Landkarte machen in meinem Kopf, wo ich schon war und so weiter. Gucken wir nochmal hier, ob hier noch nicht irgendwas versteckt ist bei den schönen Säulen. Können wir dem eigentlich den Stein zurückschießen? Ja, können wir. Jetzt mit unserem neuen tollen Schild. Sehr gut. Wir merken auch schon anhand der Musik, das ist hier alles so ein bisschen Mystery-mäßig. Wir wissen nicht ganz genau, wo wir hier hin sollen. Und alles so ein bisschen verwirrend. Na gut. Wir gehen mal hier durch die Tür, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja auch zwei Schlüssel, da können wir ruhig einen mal opfern für. Natürlich muss das auch als Spiele-Designer muss das hier echt anspruchsvoll sein, ne? Wenn man dann hier wirklich so designen muss, dass das anhand der Schlüssel alles passt irgendwie, dass man sich auch nicht irgendwie verlaufen kann, so, dass man dann alles resetten müsste und sowas. Also das haben sie echt gut hingekriegt. Den vollen Totenkopf-Mann, den hauen wir auch wieder weg. Ach komm, jetzt Revien. Nein, er hüpft. Und er boxt mich zweimal, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt hier schon landen müssen, aber ich weiß, dass man hier so ein Rätsel machen kann. Oh mein Gott, das ist ja alles hier echt ein bisschen, ein bisschen schwierig. So, hier sieht alles sehr, sehr gleich aus. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Oh denn, ach da. Ja. Gut, und hier haben wir einen Riesenblock. Ja, jetzt können wir riesengröße Blöcke ziehen hier. Wir sind schon richtig, richtig stark auf jeden Fall. So, und wir sollen den wahrscheinlich in Pfeilrichtung schieben, ne? Gehe ich mal einfach davon aus. Was ist denn hinter uns? Gar nichts. Das ist einfach nur Platz, dass wir den auch noch schieben können. Sehr, sehr gut. Da drauf sieht aus wie auf der türkischen Flagge, ne? Also der, der, die Halbmond-Sichel und ein Stern. Aber sieht irgendwie so ein bisschen so aus. Naja. Gut. Weiter schieben geht nicht. Der sitzt da fest. Das heißt, wir können jetzt hier lang gucken mal. Da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Und da ist jetzt ja der Block, ne? Ja, genau. Gut, den schieben wir dann weiter hier. Gegen die Wand gegen. Und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen schwierigere Rätsel. Denn man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad zieht an. Wenn man erwachsen wird, dann muss man auch schon einige Sachen hier sich zusammenreimen und zusammensuchen. Normalerweise dauert das natürlich alles viel, viel länger. Man kennt das ja bei Zelda-Spielen. Und hier ist noch ein Block, den wir irgendwo schieben müssen oder was? Ah, da. Man kennt das ja bei Zelda-Spielen, denn irgendwie werden die natürlich dann immer schwieriger auch, ne? Und irgendwann muss man dann richtig, richtig lange rumrätseln. Ich hab natürlich jetzt hier den starken Vorteil, dass ich halt einfach schon teilweise weiß, wie es läuft. Wie komm ich denn da jetzt hoch? Ne, geht er nochmal hoch? Können wir denn da nicht irgendwo lang oder sowas? Also wir müssen den Block hier wieder reinschieben in diese Fuge. Aber wir können den nicht rausziehen, weil wir die Wand hinter uns haben. Irgendwie müssen wir noch höher kommen, glaube ich. Per Enterhaken eventuell. Da hinten ist auch noch eine Tür, wo wir hin können. Schauen uns hier mal um. Da können wir uns nicht dran ziehen, wenn ich mich nicht täusche. Das geht, glaube ich, nicht. Ne. Tja, ja. Da ist doch schon hier die erste Schwierigkeit. Ah, hier. Okay. Einfach eine Leiter. Hab ich nur nicht gesehen. Gut, die erste Schwierigkeit haben wir auch schon überdeckt hier, überwunden. Wir sollen ja wahrscheinlich den Block schieben. Wo ist denn der? Wo geht's denn hier lang jetzt? Nach unten einfach. Hm. Wir gehen mal hier lang dann, ne? Hier ist der Block. Was ist hier noch? Ein Augenschalter. Den können wir noch nicht benutzen. Beziehungsweise abschießen oder sonst irgendwas. Weil wir keinen Fernkampf haben. Dieser Enterhaken, der Fanghaken zählt dafür nicht. Das kann ich gleich sagen. Also nicht wundern und sagen, nimm doch den Fanghaken. Nee, das geht einfach nicht. Ist nicht möglich damit, die Dinger abzuschießen. Und die Zwille können wir nicht mehr benutzen. Weil wir einfach zu groß sind für die. Die ist zu klein für unsere Hände anscheinend. Was natürlich irgendwo so ein bisschen logisch, unlogisch ist. Aber naja. Was soll's, ne? Wir wollen jetzt hier wieder nicht mal wegen Logik rummeckern. So, wir schieben den Stein ja auch wieder dahin. Und haben uns damit jetzt so einen Weg nach oben gebahnt. Das Gute ist natürlich auch, die bleiben immer so. Also, das ist natürlich echt angenehm. Dass man die Rätsel nicht irgendwie wiederholen muss oder sowas. Es sei denn, man geht Game Over, glaube ich. Da müsste man's natürlich machen. Aber ich bin jetzt eigentlich guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Ich muss irgendwann mal auch ein Part machen, wo ich ein paar Herzteile vielleicht sammle. Hier geht's noch höher. Okay. Weil wir haben jetzt gerade erst sechs. Das ist relativ wenig, ne? Ich hab ja schon mal erwähnt. Ich glaube, die Maximalanzahl ist 20. Was doch dann schon ein bisschen viel, viel mehr ist. Ah, der sollte mich beachten, nicht der andere. Nein, ich verdrücke mich ab. Also, wir können auch hier zwei Möglichkeiten, die zu besiegen. Wir können die erst mal mit dem Schild blocken, denn wenn die uns mit dem Blauen raufgerühren, machen sie uns hundertprozentig Schaden. Das heißt, wir müssen sie erst mal mit dem Schild abblocken oder halt, wie schon mit dem Enterhaken vorher, einfach draufschießen, damit sie so ein bisschen gestunt sind. Aber das hat uns jetzt nichts gebracht. Da braucht man einen kleinen Schlüssel für. Und ich hab jetzt so den Eindruck, dahinter bauen wir nochmal irgendeinen kleinen Schlüssel. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, es ist so. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Stimmt. Das ist auch nochmal hier so eine Eigenheit von dem Tempel, ne? Das ist super mit so quadreten Korridoren. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall erst wieder beim nächsten Part, denn dieser Part ist auf jeden Fall schon recht lang genug. Und ja, schreibt eure Meinung rein in die Kommis, gebt eine Bewertung ab, am besten einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, da machen wir hier weiter, beim Waldtempel. Ich glaube nicht, dass wir ihn abschließen können, denn der ist wirklich länger. Und bis dahin sag ich Tschau! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020